Alles gut Süße, alles gut. Geht's dir? Hey Akili! Eine kleine Dusche. Also wenn es ein bisschen kühler ist, dann machen wir warmes Wasser. Und wenn es wirklich total warm ist und die Sonne scheint, dann brauchen sie eigentlich mal so ein bisschen so eine Abkühlung. Und die Kleine fängt auch schon an sich wirklich gleich zu suhlen, wenn hier Wasser drin steht. Aber die brauchen das auch für die Hautpfleger. Erstmal guckst du ganz blöd, wird sich kurz erschrecken bestimmt. Hey, Wasser! Die Dusche. Ihnen ist sie ganz vertraut. Schließlich lebt die Nashornmutter schon seit 26 Jahren im Zoo Berlin. Erstmal wegrennen, ne?